2. Kapitel von der unbekannten Völkerschaft, die der Gelehrte Ptolomeus Philadelphus auf seinen Reisen entdeckte. Die Universität Kerepes. Wie dem Studenten Fabian ein paar Reitstiefel um den Kopf flogen und der Professor Mosch-Terpin den Studenten Balthasar zum Tee einlud. In den vertrauten Briefen, die der weltberühmte Gelehrte Ptolomeus Philadelphus an seinen Freund Rufin schrieb, als er sich auf weiten Reisen befand, ist folgende merkwürdige Stelle enthalten. Du weißt, mein lieber Rufin, daß ich nichts in der Welt so fürchte und scheue, als die brennenden Sonnenstrahlen des Tages, welche die Kräfte meines Körpers aufzehren und meinen Geist dermaßen abspannen und ermatten, daß alle Gedanken in ein verworrenes Bild zusammenfließen, und ich vergebens danach ringe, auch nur irgendeine deutliche Gestaltung in meiner Seele zu erfassen. Ich pflege daher, in dieser heißen Jahreszeit des Tages zu ruhen, nachts aber meine Reise fortzusetzen, und so befand ich mich denn auch in voriger Nacht auf der Reise. Mein Fuhrmann hatte sich in der dicken Finsternis von dem rechten, bequemen Wege verirrt und war unversehens auf die Chaussee geraten. Ungeachtet ich aber durch die harten Stöße, die es hier gab, in dem Wagen hin und her geschleudert wurde, so daß mein Kopf voller Beulen einem mit Walnüssen gefüllten Sack nicht unähnlich war, erwachte ich doch aus dem tiefen Schlafe, in den ich versunken, nicht eher, bis ich mit einem entsetzlichen Ruck aus dem Wagen heraus auf den harten Boden stürzte. Die Sonne schien mir hell ins Gesicht, und durch den Schlagbaum, der dicht vor mir stand, gewahrte ich die hohen Türme einer ansehnlichen Stadt. Der Fuhrmann lamentierte sehr, da nicht allein die Deichsel, sondern auch ein Hinterrad des Wagens an dem großen Stein, der mitten auf der Chaussee lag, gebrochen, und schien sich wenig oder gar nicht um mich zu kümmern. Ich hielt, wie es dem Weisen ziemt, meinen Zorn zurück, und rief dem Kerl bloß sanftmütig zu, er sei ein verfluchter Schlingel, er möge bedenken, daß Ptolomäus Philadelphus, der berühmteste Gelehrte seiner Zeit, auf dem St. säße und Deichsel, Deichsel und Rad Rad sein lassen. Du kennst, mein lieber Rufin, die Gewalt, die ich über das menschliche Herz übe, und so geschah es denn auch, daß der Fuhrmann augenblicklich aufhörte zu lamentieren und mir mit Hilfe des Chaussee-Einnehmers, vor dessen Häuslein sich der Unfall begeben, auf die Beine half. Ich hatte zum Glück keinen sonderlichen Schaden gelitten und war imstande, langsam auf der Straße fortzuwandeln, während der Fuhrmann den zerbrochenen Wagen mühsam nachschleppte. Unfern des Tors der Stadt, die ich in blauer Ferne gesehen, begegneten mir nun aber viele Leute von solch wunderlichem Wesen und solch seltsamer Kleidung, daß ich mir die Augen rieb, um zu erforschen, ob ich wirklich wache oder ob nicht vielleicht ein toller, neckhafter Traum mich eben in ein fremdes, fabelhaftes Land versetze. Diese Leute, die ich mit Recht für Bewohner der Stadt, aus deren Tor ich sie kommen sah, halten durfte, trugen lange, sehr weite Hosen, nach Art der Japaneser zugeschnitten, von köstlichem Zeuge, samt Manchester, feinem Tuch oder auch wohl von bunt durchwirkter Leinwand, mit Tressen oder hübschen Bändern und Schnüren reichlich besetzt, dazu kleine Kinderröcklein, kaum den Unterleib bedeckend, meistens von sonnenheller Farbe, nur wenige gingen schwarz. Die Haare hingen ungekämmt in natürlicher Wildheit auf Schultern und Rücken herab, und auf dem Kopf saß ein kleines, seltsames Mützchen. Manche hatten den Hals ganz entblößt nach der Weise der Türken und Neugriechen, andere dagegen trugen um Hals und Brust ein Stückchen weiße Leinwand, beinahe einem Hemdekragen ähnlich, wie du, geliebter Rufin, sie auf den Bildern unserer Vorfahren gesehen haben wirst. Ungeachtet diese Leute sämtlich sehr jung zu sein schienen, war doch ihre Sprache tief und rauh, jede ihrer Bewegungen ungelenk, und mancher hatte einen schmalen Schatten unter der Nase, als sitze dort ein Stutzbärtchen. Aus den Hinterteilen der kleinen Röcke mancher ragte ein langes Rohr hervor, an dem große seidene Quasten baumelten. Andere hatten diese Röhre hervorgezogen und kleine, größere, manchmal auch sehr große, wunderlich geformte Köpfe unten daran befestigt, aus denen sie, oben durch ein ganz spitz zulaufendes Röhrchen hineinblasend, auf geschickte Weise künstliche Dampfwolken aufsteigen zu lassen wußten. Andere trugen breite, blitzende Schwerter in den Händen, als wollten sie dem Feinde entgegenziehen. Noch andere hatten kleine Behältnisse von Leder oder Blech umgehängt oder über den Rücken geschnallt. Du kannst denken, lieber Rufin, daß ich, der ich durch sorgliches Betrachten jeder mir neuen Erscheinung mein Wissen zu bereichern suche, stillstand und mein Auge fest auf die seltsamen Leute heftete. Da versammelten sie sich um mich her, schrien ganz gewaltig »Philister, Philister« und schlugen eine ganz entsetzliche Lache auf. Das verdroß mich. Denn, geliebter Rufin, gibt es für einen großen Gelehrten etwas Kränkenderes, als für einen von dem Volke gehalten zu werden, das vor vielen tausend Jahren mittelst eines Eselkinnbackens erschlagen wurde? Ich nahm mich zusammen in der mir angeborenen Würde und sprach laut zu dem sonderbaren Volk um mich her, daß ich hoffe, mich in einem zivilisierten Staat zu befinden und daß ich mich an Polizei und Gerichtshöfe wenden würde, um die mir zugefügte Unbill zu rächen. Da brummten sie alle. Auch die, die bisher noch nicht gedampft, zogen die dazu bestimmten Maschinen aus der Tasche und alle bliesen mir die dicken Dampfwolken ins Gesicht, welche, wie ich nun erst merkte, ganz unerträglich stanken und meine Sinne betäubten. Dann sprachen sie eine Art Fluch über mich aus, dessen Worte ich ihrer Gräßlichkeit halber dir, geliebter Rufin, gar nicht wiederholen mag. Nur mit tiefem Grausen kann ich selbst daran denken. Endlich verließen sie mich unter lautem hohen Gelächter und mir war's, als wenn das Wort Hetzpeitsche in den Lüften verhalle. Mein Fuhrmann, der alles mit angehört, mit angesehen, rang die Hände und sprach, »Ach, mein lieber Herr, nun das geschehen ist, was geschah, so gehen Sie beileibe nicht in jene Stadt hinein. Kein Hund, wie man zu sagen pflegt, würde ein Stück Brot von Ihnen nehmen und stete Gefahr Sie bedrohen, geprü!« Ich ließ den Wackern nicht ausreden, sondern wandte meine Schritte so schnell, als es nur gehen mochte, nach dem nächsten Dorfe. In dem einsamen Kämmerlein des einzigen Wirtshauses dieses Dorfs sitze ich und schreibe dir, geliebter Rufin, dies alles. So viel es möglich ist, werde ich Nachrichten einziehen von dem fremden barbarischen Volk, das in jener Stadt hauset. Von ihren Sitten, Gebräuchen, von ihrer Sprache und so weiter habe ich mir schon manches höchst Seltsame erzählen lassen und werde dir getreulich alles mitteilen, etc., etc. Du gewahrst, o mein geliebter Leser, daß man ein großer Gelehrter und doch mit sehr gewöhnlichen Erscheinungen im Leben unbekannt sein und doch über Weltbekanntes in die wunderlichsten Träume geraten kann. Ptolemäus Philadelphus hatte studiert und kannte nicht einmal Studenten und wußte nicht einmal, daß er in dem Dorfe Hoch Jakobsheim saß, das bekanntlich dicht bei der berühmten Universität Kerepes liegt, als er seinem Freunde von einer Begebenheit schrieb, die sich in seinem Kopfe zum seltsamsten Abenteuer umgeformt hatte. Der gute Ptolemäus erschrak, als er Studenten begegnete, die fröhlich und guter Dinge über Land zogen zu ihrer Lust. Welche Angst hätte ihn überfallen, wäre er eine Stunde früher in Kerepes angekommen und hätte ihn der Zufall vor das Haus des Professors der Naturkunde, Mosch Terpin, geführt. Hunderte von Studenten hätten, aus dem Hause herausströmend, ihn umringt, lärmend, disputierend etc., und noch wunderlichere Träume wären ihm in den Kopf gekommen über diesem Gewirr, über diesem Getreibe. Die Kollegia Mosch Terpins wurden nämlich in ganz Kerepes am häufigsten besucht. Er war, wie gesagt, Professor der Naturkunde. Er erklärte, wie es regnet, donnert, blitzt, warum die Sonne scheint bei Tage und der Mond des Nachts, wie und warum das Gras wächst etc., so daß jedes Kind es begreifen mußte. Er hatte die ganze Natur in ein kleines, niedliches Kompendium zusammengefasst, so daß er sie bequem nach gefallenen Handhaben und daraus für jede Frage die Antwort wie aus einem Schubkasten herausziehen konnte. Seinen Ruf begründete er zuerst dadurch, als er es nach vielen physikalischen Versuchen glücklich herausgebracht hatte, daß die Finsternis hauptsächlich von Mangel an Licht herrühre. Dies sowie, daß er eben jene physikalischen Versuche mit vieler Gewandtheit in nette Kunststückchen umzusetzen wußte und gar ergötzlichen Hokuspokus trieb, verschafften ihm den unglaublichen Zulauf. Erlaube, mein günstiger Leser, daß, da du viel besser wie der berühmte Gelehrte Ptolomeus Philadelphus Studenten kennst, da du nichts von seiner träumerischen Fruchtsamkeit weißt, ich dich nun nach Kerepes führe vor das Haus des Professors Mosch-Terpin, als er eben sein Kollegium beendet. Einer unter den herausströmenden Studenten fesselt sogleich deine Aufmerksamkeit. Du gewahrst einen wohlgestalteten Jüngling von drei bis vierundzwanzig Jahren, aus dessen dunkel leuchtenden Augen ein innerer, reger, herrlicher Geist mit berieten Worten spricht. Beinahe Keck würde sein Blick zu nennen sein, wenn nicht die schwärmerische Trauer, wie sie auf dem ganzen blassen Antlitz liegt, einem Schleier gleich die brennenden Strahlen verhüllte. Sein Rock, von schwarzem, feinen Tuch, mit gerissenem Samt besetzt, ist beinahe nach altdeutscher Art zugeschnitten, wozu der zierliche, blendend-weiße Spitzenkragen, sowie das Samtbarett, das auf den schönen, kastanienbraunen Locken sitzt, ganz gut paßt. Gar hübsch steht ihm diese Tracht deshalb, weil er seinem ganzen Wesen, seinem Anstande in Gang und Stellung, seiner bedeutungsvollen Gesichtsbildung nach wirklich einer schönen, frommen Vorzeit anzugehören scheint und man daher nicht eben an die Ziererei denken mag, wie sie in kleinlichem Nachäffen missverstandener Vorbilder in ebenso missverstandenen Ansprüchen der Gegenwart oft an der Tagesordnung ist. Dieser junge Mann, der dir, geliebter Leser, auf den ersten Blick so wohl gefällt, ist niemand anders als der Student Balthasar, anständiger, vermögender Leute-Kind, fromm, verständig, fleißig, von dem ich dir, o mein Leser, in der merkwürdigen Geschichte, die ich aufzuschreiben unternommen, gar vieles zu erzählen gedenke. Ernst, in Gedanken vertieft, wie es eine Art war, wandelte Balthasar aus dem Kollegium des Professors Mosch-Terpin dem Tore zu, um sich, statt auf den Fechtboden, in das anmutige Wäldchen zu begeben, das kaum ein paar hundert Schritte von Kerepes liegt. Sein Freund Fabian, ein hübscher Bursche von munterem Ansehen und ebensolcher Gesinnung, rannte ihm nach und ereilte ihn dicht vor dem Tore. »Balthasar«, rief nun Fabian laut, »Balthasar, nun, willst du wieder heraus in den Wald und wie ein melancholischer Philister einsam umherirren, während tüchtige Burschen sich wacker üben in der edlen Fechtkunst? »Ich bitte dich, Balthasar, laß doch endlich ab von deinem närrischen, unheimlichen Treiben und sei wieder recht munter und froh, wie du es sonst wohl warst. Komm, wir wollen uns in ein paar Gängen versuchen, und willst du dann noch heraus, so lauf ich wohl mit dir.« »Du meinst es gut«, erwiderte Balthasar, »du meinst es gut, Fabian, und deswegen will ich nicht mit dir grollen, daß du mir manchmal auf Steg und Weg nachläufst wie ein Besessener und mich um manche Lust bringst, von der du keinen Begriff hast. Du gehörst nun einmal zu den seltsamen Leuten, die jeden, den sie einsam wandeln sehen, für einen melancholischen Narren halten und ihn auf ihre Weise handhaben und kurieren wollen, wie jener Hofschranz des würdigen Prinzen Hamlet, der dem Männlein dann, als er versicherte, sich nicht auf das Flötenblasen zu verstehen, eine tüchtige Lehre gab. »Damit will ich dich, lieber Fabian, nun zwar verschonen, übrigens dich aber recht herzlich bitten, daß du dir zu deiner edlen Fechterei mit Rapier und Hieber einen anderen Kumpan suchen und mich ruhig meinen Weg fortwandeln lassen mögest.« »Nein, nein«, rief Fabian lachend, »so entkommst du mir nicht, mein treuer Freund. Willst du mit mir nicht auf den Fechtboden, so gehe ich mit dir hinaus in das Wäldchen. Es ist die Pflicht des treuen Freundes, dich in deinem Trübsen aufzuheitern. Komm nur, lieber Balthasar, komm nur, wenn du es denn nicht anders haben willst.« Damit faßte er den Freund unter den Arm und schritt rüstig mit ihm von dannen. Balthasar biß in stillem Ingram die Zähne zusammen und beharrte in finsterm Schweigen, während Fabian in einem Zuge Lustiges und Lustiges erzählte. Es lief viel Albernes mitunter, welches immer zu geschehen fliegt beim lustigen Erzählen in einem Zuge. Als sie nun endlich in die kühlen Schatten des duftenden Waldes traten, als die Büsche wie in sehnsüchtigen Seufzern flüsterten, als die wunderbaren Melodien der rauschenden Bäche die Lieder des Waldgeflügels fernhin tönten und den Widerhall weckten, der ihnen aus den Bergen antwortete, da stand Balthasar plötzlich still und rief, indem er die Arme weit ausbreitete, als woll er Baum und Gebüsch liebend umfangen, »Oh, nun ist mir wieder wohl, unbeschreiblich wohl!« Fabian schaute den Freund etwas verblüfft an, wie einer, der nicht klug werden kann, aus des anderen Rede, der gar nicht weiß, was er damit anfangen soll. Da faßte Balthasar seine Hand und rief voll entzücken, »Nicht wahr, Bruder? Nun geht dir auch das Herz auf! Nun begreifst du auch das selige Geheimnis der Waldeinsamkeit?« »Ich verstehe dich nicht ganz, lieber Bruder,« erwiderte Fabian, »aber wenn du meinst, daß dir ein Spaziergang hier im Walde wohltut, so bin ich völlig deiner Meinung. Gehe ich nicht auch gern spazieren, zumal in guter Gesellschaft, in der man ein vernünftiges, lehrreiches Gespräch führen kann? Zum Beispiel ist es wohl eine wahre Lust, mit unserem Professor Mosch-Terpin über Land zu gehen. Der kennt jedes Pflinzchen, jedes Gräschen und weiß, wie es heißt mit Namen und in welche Klasse es gehört und versteht sich auf Wind und Wetter. »Halt ein!« rief Balthasar, »ich bitte dich, halt ein!« »Du berührst etwas, das mich toll machen könnte, gäbe es sonst keinen Trost dafür.« »Die Art, wie der Professor über die Natur spricht, zerreißt mein Inneres.« »Oder vielmehr, mich fasst dabei ein unheimliches Grauen, als sähe ich den Wahnsinnigen, der in geckenhafter Narrheit König und Herrscher ein selbst gedrehtes Strohpüppchen liebkost, wähnend die königliche Braut zu umhalsen. Seine sogenannten Experimente kommen mir vor wie eine abscheuliche Verhöhnung des göttlichen Wesens, dessen Atem uns in der Natur anweht und in unserem innersten Gemüt die tiefsten, heiligsten Ahnungen aufregt. Oft gerate ich in Versuchung, ihm seine Gläser, seine Fiolen, seinen ganzen Kram zu zerschmeißen, dächt ich nicht daran, daß der Affe ja nicht ablässt, mit dem Feuer zu spielen, bis er sich die Pfoten verbrennt. Sie, Fabian, diese Gefühle ängstigen mich, pressen mir das Herz zusammen in Mosch-Terpins Vorlesungen, und wohl mag ich euch dann tiefsinniger und menschenscheuer vorkommen als jemals. Mir ist dann zumute, als wollten die Häuser über meinem Kopf zusammenstürzen, eine unbeschreibliche Angst treibt mich heraus aus der Stadt. Aber hier, hier erfüllt bald mein Gemüt eine süße Ruhe. Auf den blumigen Rasen gelagert, schaue ich hinauf in das weite Blaue des Himmels und über mir, über den jubelnden Wald hinweg, ziehen die goldenen Wolken wie herrliche Träume aus einer fernen Welt voll seliger Freuden. Oh, mein Fabian, dann erhebt sich aus meiner eigenen Brust ein wunderbarer Geist, und ich vernehme es, wie er in geheimnisvollen Worten spricht, mit den Büschen, mit den Bäumen, mit den Wogen des Waldbachs, und nicht vermag ich die Wonne zu nennen, die dann in süßem, wehmütigen Bangen mein ganzes Wesen durchströmt. Ei, rief Fabian, ei, das ist nun wieder das alte, ewige Lied von Wehmut und Wonne und sprechenden Bäumen und Waldbächen. Alle deine Verse strotzen von diesen artigen Dingen, die ganz passabel ins Ohr fallen und mit Nutzen verbraucht werden, sobald man nichts weiter dahinter sucht. Aber sage mir, mein vortrefflichster Melancholicus, wenn dich Mosch-Derpins Vorlesungen in der Tat so entsetzlich kränken und ärgern, sage mir nur, warum in aller Welt du in jede hineinläufst, warum du keine einzige versäumst und dann freilich jedes Mal stumm und starr mit geschlossenen Augen da sitzest wie ein Träumender. Frage mich, erwiderte Balthasar, indem er die Augen niederschlug, frage mich darum nicht, lieber Freund. Eine unbekannte Gewalt zieht mich jeden Morgen hinein in Mosch-Derpins Haus. Ich fühle im Voraus meine Qualen und doch kann ich nicht widerstehen. Ein dunkles Verhängnis reißt mich fort. »Ha, ha!« lachte Fabian hellauf. »Ha, ha, ha! Wie fein, wie poetisch, wie mystisch! Die unbekannte Gewalt, die dich hineinzieht in Mosch-Derpins Haus, liegt in den dunkelblauen Augen der schönen Candida. Daß du bis über die Ohren verliebt bist in des Professors niedliches Töchterlein, das wissen wir alle längst, und darum halten wir dir deine Fantasterei, dein närrisches Wesen, zugute. Mit Verliebten ist es nun nicht anders. Du befindest dich im ersten Stadium der Liebeskrankheit und mußt in späten Jünglingsjahren dich zu all den seltsamen Possen bequemen, die wir, ich und viele andere, dem Himmel sei es gedankt, ohne ein großes zuschauendes Publikum auf der Schule durchmachten. Aber glaube mir, mein süßes Herz!« Fabian hatte indessen seinen Freund Balthasar wieder beim Arme gefaßt und war mit ihm rasch weitergeschritten. Eben jetzt traben sie heraus aus dem Dickicht auf den breiten Weg, der mitten durch den Wald führte. Da gewahrte Fabian, wie aus der Ferne ein Pferd ohne Reiter, in eine Staubwolke gehüllt herantrabte. »Hei, hei!« rief er, sich in seiner Rede unterbrechend, »Hei, hei! da ist eine verfluchte Schindmeere durchgegangen und hat ihren Reiter abgesetzt. Die müssen wir fangen und nachher den Reiter suchen im Walde.« Damit stellte er sich mitten in den Weg. Näher und näher kam das Pferd, da war es, als wenn von beiden Seiten ein paar Reitstiefel in der Luft auf- und niederbaumelten und auf dem Sattel etwas Schwarzes sich rege und bewege. Dicht vor Fabian erschallte ein langes, gellendes »Prrr!«, »Prrr!«, und in demselben Augenblick flogen ihm auch ein paar Reitstiefel um den Kopf und ein kleines, seltsames, schwarzes Ding kugelte hin ihm zwischen die Beine. Mauerstill stand das große Pferd und beschnüffelte mit lang vorgestricktem Halse sein winziges Herrlein, das sich im Sande wälzte und endlich mühsam auf die Beine richtete. Dem kleinen Knirps steckte der Kopf tief zwischen den hohen Schultern, er war mit seinem Auswuchs auf Brust und Rücken, mit seinem kurzen Leibe und seinen hohen Spinnenbeinchen anzusehen wie ein auf eine Gabe gespießter Apfel, dem man ein Fratzengesicht eingeschnitten. Als nun Fabian dies seltsame kleine Ungetüm vor sich stehen sah, brach er in ein lautes Gelächter aus. Aber der Kleine drückte sich das Barettlein, das er vom Boden aufgerafft, trotzig in die Augen und fragte, indem er Fabian mit wilden Blicken durchbohrte, in rauem, tiefheiserem Ton, »Ist dies der rechte Weg nach Geribes?« »Ja, mein Herr,« antwortete Balthasar mild und ernst und reichte dem Kleinen die Stiefel hin, die er zusammengesucht hatte. Alles Mühen des Kleinen, die Stiefel anzuziehen, blieb vergebens, er stülpte einmal übers andere um und wälzte sich stöhnend im Sande. Balthasar stellte beide Stiefel aufrecht zusammen, hob den Kleinen sanft in die Höhe und steckte ihn ebenso niederlassend beide Füßchen in die zu schwere und weite Futterale. Mit stolzem Wesen, die eine Hand in die Seite gestemmt, die andere ans Barrett gelegt, rief der Kleine, »Gracias, mein Herr!« und schritt nach dem Pferde hin, dessen Zügel er faßte. Alle Versuche, den Steigbügel zu erreichen oder hinaufzuklimmen auf das große Tier, blieben indessen vergebens. Balthasar, immer ernst und mild, trat hinzu und hob den Kleinen in den Steigbügel. Er mochte sich wohl einen zu starken Schwung gegeben haben, denn in demselben Augenblick, als er oben saß, lag er auf der anderen Seite auch wieder unten. »Nicht so hitzig, allerliebster Moesje!« rief Fabian, indem er aufs Neue in ein schallendes Gelächter ausbrach. »Der Teufel ist der allerliebste Moesje!« schrie der Kleine, ganz erbost, indem er sich den Sand von den Kleidern klopfte. »Ich bin Studiosus, und wenn Sie desgleichen sind, so ist es Tusch, daß Sie mir wie ein Hasenfuß ins Gesicht lachen, und Sie müssen sich morgen in Kiribes mit mir schlagen.« »Tonner«, rief Fabian immerfort lachend, »Tonner, das ist mal ein tüchtiger Bursche, ein aller Weltskerl, was Courage betrifft und echten Komment.« Und damit hob er den Kleinen, alles Zappelns und Sträubens ungeachtet, in die Höhe und setzte ihn aufs Pferd, das sofort mit seinem Herrlein lustig wiehernd davontrabte. Fabian hielt sich beide Seiten, er wollte vor Lachen ersticken. »Es ist grausam«, sprach Balthasar, »einen Menschen auszulachen, den die Natur auf solche entsetzliche Weise verwahrlost hat, wie den kleinen Reiter dort. Ist er wirklich Student, so mußt du dich mit ihm schlagen, und zwar läuft's auch sonst gegen alle akademische Sitte auf Pistolen, da er weder Rapier noch Hiebe zu führen vermag.« »Wie ernst«, sprach Fabian, »wie ernst, wie trübselig du das alles wieder nimmst, mein lieber Freund Balthasar. Nie ist's mir eingefallen, eine Missgeburt auszulachen. Aber sage mir, darf solch ein knoppliger Däumling sich auf ein Pferd setzen, über dessen Hals er nicht wegzuschauen vermag? Darf er die Füßlein in solch verrucht weite Stiefeln stecken? Darf er eine knapp anschließende Kurtka mit tausend Schnüren und Troddeln und Quasten, darf er ein solch verwunderliches Samtbarett tragen? Darf er solch ein hochmütiges, trotziges Wesen annehmen? Darf er sich solche barbarische, heisere Laute abzwingen? Darf er das alles, frage ich, ohne mit Recht als eingefleischte Hasenfuß ausgelacht zu werden? Aber ich muß hinein, ich muß den Rumor mit anschauen, den es geben wird, wenn der ritterliche Studiosus einzieht auf seinem stolzen Rosse. Mit dir ist doch heute einmal nichts anzufangen. Gehab dich wohl! Spornstreichs rannte Fabian durch den Wald nach der Stadt zurück. Balthasar verließ den offenen Weg So leichtsinnig darüber sprach, war es ihm, als rissen rohe Hände in frechem Übermut die Schleier von dem Heiligen Bilder herab, die zu berühren er nicht gewagt, als müsse nun die Heilige auf ihn selbst ewig zürnen. Ja, Fabians Worte erschienen ihm eine abscheuliche Verhöhnung seines ganzen Wesens, seiner süßesten Träume. Also rief er in Übermaß seines Unmuts aus, also für einen verliebten Gecken hältst du mich, Fabian, für einen Narren, der in Mosch-Therpins Vorlesungen läuft, um wenigstens eine Stunde hindurch mit der schönen Candida unter einem Dache zu sein, der in dem Walde einsam umherstreift, um auf elende Verse zu sinnen an die Geliebte und sie noch erbärmlicher aufzuschreiben, der die Bäume verdirbt, alberne Namenszüge in ihre glatten Rinden einschneidend, der in Gegenwart des Mädchens kein gescheites Wort zum Magde bringt, sondern nur seufzt und ächzt und weinerliche Gesichter schneidet, als litt er an Krämpfen, der verwelkte Blumen, die sie am Busen trug, oder gar den Handschuh, den sie verlor, auf der bloßen Brust trägt, kurz, der tausendkindische Torheiten begeht. Und darum, Fabian, nechst du mich, und darum lachen mich wohl alle Burschen aus, und darum bin ich samt der inneren Welt, die mir aufgegangen, vielleicht ein Gegenstand der Verspottung, und die holde, liebliche, herrliche Candida. Als er diesen Namen aussprach, fuhr es ihm durchs Herz wie ein glühender Dolchstich. Ach, eine innere Stimme flüsterte ihm in dem Augenblick sehr vernehmlich zu, daß er ja nur eben Candidas wegen in Mosch-Terpins Haus gehe, daß er Verse mache an die Geliebte, daß er ihre Namen einschneide in das Laubholz, daß er in ihrer Gegenwart verstumme, seufze, ächze, daß er verwelkte Blumen, die sie verlor, auf der Brust trage, daß er mithin ja wirklich in alle Torheiten verfalle, wie sie ihm Fabian nur vorrücken könne. Erst jetzt fühlte er es recht, wie unaussprechlich er die schöne Candida liebe, aber auch zugleich, daß seltsam genug sich die reinste, innigste Liebe im äußeren Leben etwas geckenhaft gestalte, welches wohl der tiefen Ironie zuzurechnen, die die Natur in alles Menschliche treiben gelegt. Er mochte Recht haben, ganz Unrecht war es indessen, daß er sich darüber sehr zu ärgern begann. Träume, die ihn sonst umfingen, waren verloren, die Stimmen des Waldes klangen ihm wie Hohn und Spott, er rannte zurück nach Kerepes. »Herr Balthasar, Mon cher Balthasar!« rief es ihn an. Er schlug den Blick auf und blieb festgezaubert stehen, denn ihm entgegen kam der Professor Mosch-Terpin, der seine Tochter Candida am Arme führte. Candida begrüßte den zur Bildsäule erstarrten mit der heitern freundlichen Unbefangenheit, die ihr eigen. »Balthasar, Moscher Balthasar!« rief der Professor. »Sie sind in der Tat der Fleißigste, mir der Liebste von meinen Zuhörern. Oh, mein Bester, ich merke es Ihnen an, Sie lieben die Natur mit all Ihren Wundern wie ich, der ich einen wahren Narren daran gefressen. Gewiß wieder botanisiert in unserem Wäldchen. Was Ersprießliches gefunden? Nun, lassen Sie uns nähere Bekanntschaft machen. Besuchen Sie mich, jederzeit willkommen. Können zusammen experimentieren. Haben Sie schon meine Luftpumpe gesehen? Nun, Moscher, morgen Abend versammelt sich ein freundschaftlicher Zirkel in meinem Hause, welcher Tee mit Butterbrot konsumieren und sich in angenehmen Gesprächen erlustigen wird. Vermehren Sie ihn durch Ihre werte Person. Sie werden einen sehr anziehenden jungen Mann kennenlernen, der mir ganz besonders empfohlen. Bonsoir, Moscher, guten Abend vortrefflicher, au revoir, auf Wiedersehen. Sie kommen doch morgen in die Vorlesung. Nun, Moscher, adieu.« Ohne Balthasars Antwort abzuwarten, schritt der Professor Moscherpin mit seiner Tochter von Dannen. Balthasar hatte in seiner Bestürzung nicht gewagt, die Augen aufzuschlagen, aber Candidas Blicke brannten hinein in seine Brust. Er fühlte den Hauch ihres Atems und süße Schauer durchbebten sein innerstes Wesen. Entnommen war ihm aller Unmut. Er schaute voll Entzücken der holden Candida nach, bis sie in den Laubgängen verschwand. Dann kehrte er langsam in den Wald zurück, um herrlicher zu träumen als jemals. Ende von Kapitel 2 wieder und herrlicher zu dass, dass, wenn sie in den in die ssä chehe in die 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 dann be